Ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen kurzen Video von mir, euer Robin hier am Voice und ich möchte euch kurz präsentieren, ich habe einen Clan vor kurzer Zeit erstellt und wir sind im Moment 57 Mitglieder, der Name Xtreme. Wer natürlich Lust hat, kann zu uns kommen, ich freue mich immer über nette freundliche Verstärkung, für richtige tolle Clan Matches und kurz davor hat mich noch ein Bewerber angeschrieben hier und den habe ich natürlich eingeladen, hier die 57 Mitglieder, leider auch ein paar kleine dabei, aber die werden auch noch größer hoffentlich. Und jetzt zur eigentlichen Sache, ich wollte euch zeigen, es ist ja Winterschlussverkauf bei Brickforce, 50% auf fast alles, außer auf Tiernahrung, ne Schmarrn, wir haben hier die Munitionsboni, hier gibt es 50% auf alles was mit Munition zu tun hat, wie zum Beispiel Ranger Munition 1 oder zum Beispiel Nachschub für alle möglichen, Waffen, 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 Medium, Pistolen, schwere Geschütze oder weitreichend, genauso wie die, wie Nachschub für Boomer, für die Handgranaten oder automatisches Nachladen, also es lohnt sich auf alle Fälle jetzt zugreifen, denn hier könnt ihr einiges sparen. Dann gibt es auch noch Prozent, 20% auf Tokens, also wer natürlich irgendwann mal bessere Waffen kaufen will, der sollte jetzt zuschlagen, denn auch die Tokens sind um billiger, man kriegt mehr für 20% und das lohnt sich auf alle Fälle, also schlag zu. Und somit möchte ich mich verabschieden wieder bei euch, ich bedanke mich fürs Zusehen, sage Bye Bye und bis zum nächsten Mal.